Ich entdecke eine große Sicherheitskraft, die deinen Weg entdeckt. Es ist der Garnier. Das geht nicht. Scheiße. Oh. Ich habe ein Problem. Das wäre? Bei mir wird angezeigt, da wäre ein Windrad... äh... Da ist aber keins. Was ist da? Da wäre ein Windrad, aber da ist keins. Windrad? Also, nicht jetzt... nicht Windrad. Eieiei. Wie doof bin ich denn heute? So ein Motor von der Kühlungsanlage. Ja, ja, ich weiß schon, was meinst du denn? Das geht... ach, komm, hier, Selbstmord! Klar! Da kannst du das mit Dings machen. Snipe-Tron? Gern, du willst nicht Snipe-Tron. Genau. Kostet 50.000 Credits. Mehr nicht? Mehr nicht. Sicher. 50.000 Credits. Okay. Oh, man, wärst du jetzt... Alter, wärst du jetzt hier, könnten wir Positionstausch machen. Wir bekommen erst mal 50.000 Credits. Da magst du mir was einfallen. Vielleicht Platin oder so, mal gucken. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich hier gefangen. Nur wegen diesen einen Scheiß, oder was? Okay, das Spiel ist doch ein bisschen buggy irgendwie. Also, ganz im Ernst? Das ist jetzt hier ein bisschen kacke. Jetzt ist man hier eingesperrt. Ich glaub, ab hier muss ich nochmal die Mission aufgeben. Nein! Nur Manno! Hallo, hier bin ich, hier! Vielleicht kommt so ein Scheiß-Screen hier, und mit dem kann ich einen Positionstausch machen. Versuch's jetzt nicht wirklich, die auf dich aufmerksam zu machen. Nein! Ich schieß jetzt nicht mit der Pistole wahllos hin und her. Nee, irgendwie hier kein Lebenszeichen. Mal gucken. Vielleicht hier so. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen hochklettern mit so einem... Nö, kann ich natürlich nicht. Nein! Kann er vielleicht einen Mega-Jump machen? Nö. Ja, toll, Excalibur für den Supersprung hätte mir jetzt sehr viel geholfen. Ach, Kacke! Ich muss Mission aufgeben machen, oder? Das gibt's doch nicht! Ich komm hier nicht mal weiter! Toll. Dann müssen wir das also nochmal in der nächsten Folge machen. Vielleicht da hinten irgendwie das kaputt? Nö. Okay, das ist kacke. Ich gebe dir einen Tipp. Gebe auf. Beende die Aufnahmen. Ja, ich muss Mission Abbruch machen. Nein, warte, warte. Mission Abbruch doch nicht. Ich muss irgendwie sterben. Aber wie? Du kannst auch Mission Abbruch machen. Ich weiß, aber da ist der Fortschritt weg. Ja, ist ja auch so, wenn du aufgibst. Wenn ich sterbe, dann nicht. Boah, dann wein doch um die 10 XP. Nicht die 10 XP, ich bin Level... Nein! Oh Gott! Ich hab's, Meiner! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich bin draußen! Ich bin draußen! Wie hab ich denn das geschafft? Ähnlich. Na klar, ich bin draußen! Ich kann weitermachen! LOL! Jetzt freu ich mich grad. Okay. So, jetzt geht's also weiter. Ja, hier sehen wir schon also auch schon die nächsten Feinde. Und da ist auch schon für uns ein Mod parat. Shotgun-Mod. Ja, Mann, siehste, hier. Ich find immer ne Lösung. Wo macht's? Keine Ahnung. Irgendwie bin ich gesprungen. Dann hab ich mich auf einem Seil da irgendwie abgestützt. Dann bin ich irgendwie auf nem Rohr gelandet. Und dann bin ich irgendwie da runtergefallen von dem Rohr. Und dann bin ich irgendwie auf der einen Seite gelandet, wo ich eigentlich hin wollte. So genau verstanden hab ich's auch nicht. So, okay, es hat funktioniert. Habt ihr jetzt gefühlt, ob das Spiel generell ein Problem hat oder einfach nur, ob ich es nicht will, dass ich mit dir spiele? Und? Ich will nur nicht, dass ich mit dir spiele. Okay, wahrscheinlich liegt es dann auch vielleicht an mir ein bisschen. Ja, ja, denk ich auch. Hahaha, das war eigentlich ein Witz. Nein. Dann seid... Oh. Okay, nee, ähm... Ich hab jetzt ein zweites Level. Ich kann mich spiele, aber... Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh man, ich hasse, dass ich das auf mittlere Maushas getan habe. Was denn? Mein Inventar. Ja. Nein, jetzt hat er... Jetzt hat er mich eingesperrt, dieser Drecksack. Oh Gott. Da ist ja noch einer. Ich probiere jetzt noch einmal, dir beizutreten. toll da kommt red ich um da ich bin ich mein sordler jetzt habe ich noch ronzo mod gefunden und hast ihn auch schon konzo mod sagt mir jetzt gerade gar nichts okay du bist schon mal gejoint gejoint und gleich fliege ich wieder raus glaube ich nicht diesmal klappt ok gut da steht vielleicht jetzt fresh faces disconnect aber es hat noch nichts zu bedeuten hallo ist hier jemand vielleicht funktioniert morgen wieder oder vielleicht heute noch keine ahnung bei mir ist zu weil hier ja noch nicht mal als hier macht er hat keine reaktion auf alt er vier der hat er hat es braucht lange um zu reagieren ok mein screen hat auf einmal angefangen weiter zu laden und ich kann immer noch nichts machen ich habe jetzt zwei mäuse auf dem pc geil zwei mäuse ja einmal die spielemaus einmal meine normale selbst öfters und jetzt schlägt das wargrain bis nach ganz oben die verbindung zum haus wurde unterbrochen das multiplayer wurde aufgerufen mach was du willst aber ich habe das spiel schon längst beendet ok wow 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 warframet troll sich gerade das ist doch bloß nicht schlechtes war warframe ne aber ich habe es eigentlich schon längst beendet ich habe alt und f4 gespammt aber ja gespammt ok ok dann versuche ich es nochmal wie wärs mit taskmanager oder so öffnen wofür wofür für warframe wenn du schließen kannst ne ich versuche es jetzt nochmal du verpasst hier nämlich einen riesen spaß schön die mission habe ich morgen aufgeholt NEIN aah verdammt zweites mal gestorben wie viele wiederbelebungen hast du noch zwei habe ich ja zumindest ist es geil dass es für jede 24 stunden sich upgradet aktualisiert so rum da ist ich will nicht jedenfalls jetzt schon rausgehen ja es wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben start ihn auszugeben ja wiederbelebung da gebe ich lieber credit für eine heilung auf und noch den dritten mod noch ein rival mod gefunden ein was mod ein rifle im normalen ja alter ich muss jetzt hier rennen oder was das ding fliegt hier gleich in die luft ich frage mich warum die hier alle probleme haben wieso bist du schon wieder disconnected obwohl du noch nicht mal einmal gejoint bist weil weil oder war ich jetzt vielleicht irgendwie nicht da wo du wo es gejoint ist denk denk du hast gepennt da das gibt es doch nicht wo muss ich denn jetzt hin da 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 ich habe den taschenmüncher geöffnet habe aber keine maus probiere ich einfach mit mit den seilrutschen mal gucken wo das mich hinführt ok das bringt mich nicht weit gibt es da vielleicht noch eine seilrutsche äh jetzt da geht es nicht nein nein dann jump ich einfach mal hier drauf zack ah hier geht es weiter äh die tür kann man irgendwie aufmachen da es orange ist aber ist egal wo ich meine da ist ja nur ein bisschen credit und so drin auch jetzt nicht jeder mensch ich glaube das wir könnten auch mal wieder minecraft spielen ahaha könnten wir warum nicht ja warum nicht jup ich hab's geschafft sohle gut mission abgeschlossen ok 3 mods bin mit loki einen rang aufgestiegen mit dem scanner welcher rang bist du jetzt mit loki 6 Achtung 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 liebe Leute jetzt kommt unser angeber welches level bist du bei loki 6 siehst du komm ähm 55 habe ich getötet war ja auch die anzahl anzahl der tode ein einziges klar natürlich ich bin zweimal gestorben was du bist 91 mal gestorben nein einmal gott 91 mal eieieiei sohle jetzt machen wir kurz noch zusammen das arsenal und dann benne ich die folge das ist auch für heute genug ähm ähm gibt's hier vielleicht noch irgendwo anders da hörst du meine minecraft sounds im hintergrund nein gut das wäre jetzt auch ein bisschen bitter oder ja dann würdest du hier schafe man ja das wollen wir alle nicht doch klar ich meine was passt besser zu warframe als ein paar schafe keine ahnung so panzerbrechende google rein das ist damage das ist auch damage 1,9 1,7 äh ja wow meine frames keine Sekunde sind richtig richtig low 1,7 und jetzt sieht man auch oben rechts an der seite die ja wie viel das jetzt kostet remove rifle mod dass ich die zwei hinzugefügt habe jetzt kosten die 200 400 insgesamt jetzt drücke ich einfach mal anwenden neu verteilung kostet 400 sind sie sicher ja 400 credits sind jetzt abgezogen und mal gucken bei unserem scanner frames per second alter das ist da oben ist noch mod slot ok sag mal willst du die aufnahme ewig weiter laufen lassen nein ich will nur noch mit denen die die verteilung machen von meinen punkten das das einzige was ich höre sind schafe die mir ganz laut ins ohr mähen und du wie du über deine verteilung meckerst ja lass mich das ist heutzutage in ich weiß ich weiß ähm marktplatz achso ne wollte ich gar nicht hoch so ich glaub das war's jetzt erstmal mit let's play warframe ich hoffe es hat euch diesmal auch gefallen auch wenn es jetzt am ende Schwierigkeiten gab gut ok die aufnahme hat sich grad selber von selbst verabschiedet und man nehmen wir lange auf also noch viel spaß ciao wir sehen uns ja jeden montag jeden freitag um irgendeiner uhr zeit wann das video hochgeladen ist tschüss hier gibt es hier gibt es das